So Leute, das ist Part 2 von dem Überleben, wo wir hier alle Sachen verloren haben. Mein Cousin sagt, hier war irgendwo so ein Boleschnik und da waren halt so Erde. Und wo ist hier Boleschnik? Zeig mir, was ist ein Boleschnik? Du lachst. Der Boleschnik, das ist, das ist Boleschnik. Das hier? Das ist Boleschnik, guck mal. Wo war ich? Hier ist so viel Boleschnik. Hier ist Boleschnik? Ja. Hier ist ganz viel Boleschnik. Ja, ja. Hier sind Kacken. Was ist hier? Steine. Warum sind hier so viele Diamanten, Mann? Hier sind auch... Wir werden hier reich. Also. Ah, guck mal, hier gibt es so ein Portal. Ja, du hast es schon gesehen. Warte mal. Ja, das habe ich schon gesehen, ne? Was ist denn, Mann? Hier ist so ein Truhe. So ein, ähm, keine Ahnung. Was suchst du? Weiß ich nicht was. Ich glaube, hier soll, dies, weißt du was, ein Truhe sein. Oh, hier ist so eine Truhe, guck mal. Wo? Ach, ja. Guck mal, hier sind so Diamanten. Oh mein Gott. Ich nehme mir mal diese Erfahrungsfläche. Oh, das tut. Das andere kannst du haben, die Gold. Ich habe hier auch so ein Schwert. Ich habe hier auch so ein Schwert. Mhm. Also. Ja, aber sehr gut. Guck mal, ich habe hier auch so ein Schwert. Ich habe auch so ein Schwert. Das ist stark, ne? Junge! Oha! Ist stark? Nein! Was? Wie viel Schaden macht das? Kann ich mal probieren. Ja. Oh, Junge. Mit Sprung. Hast du Essen? Mann. Ja, habe ich. Ich soll näher kommen, oder was? Ah, Mann. Mann, was ist das, Mann? Warte mal, ich probiere mal den Kuh. Einschlag. Ich probiere mal auf dir. Kleine Pisser. Soi. Vielleicht soll ich ein Pikaxe machen. Eine Pikaxe? Kirka. Eine Kirka? Was ist eine Kirka? Ein Kirka? Ja, was ist das? Was ist ein Kirka? Ein Kirka. Ja, was ist das? Ein Kirka. Ein Kirka. Hört man dich? Freunde, sag mal in den Kommentaren, ob man den hört. Der ist so... Echt? Wie hört man mich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du bist so weit weg. Ich kann einen Baum... Ich kann einen Baum hier so machen. Guck mal. Mach so. Was machst du? Ein Baum? Guck mal, das habe ich. Was hast du denn? Von wo hast du das denn, Mann? Ja, von... Guck mal, das wächst doch nicht, Mann. Das ist kaputtge... Hä? Ich weiß nicht, woher hab ich das. Lol. Lol. Ja, lol. Lol. Verpiss dich. Lol. Ups. Das ist schwer. Ich kann dich nicht einmal... Nein, ich renne. Äh, du bist halt die Luder, hahahahahaha. Lachst du etwa? Sind deine Sachen alle kaputtgegangen? Nein, ich hab die noch. Komm zu mir, wie hab die gesagt. Kommt du zu mir, Mann. Scheiße. Äh, du bist... Du hackst. Du hast hackliant, Mann. Oh, mein kleines Herz. Hä, hä, was ist das? Was ist das denn? Ah, scheiße. Easy, Mann. Easy. Ich mach dich so platt. Komm, wir machen schon ein bisschen. Ich haue dich nicht. Ah, okay. Ich hab hier vielleicht noch hier... Wo hast du... Woher machst du diese... Wo hast du das? Woher... In der Truhe war der... Die wir machen da. Ah. Von wo eigentlich? Keine Ahnung. Diese Truhe, das ist eine Schatztruhe oder so. Ne? Junge, wie sollen wir dann... Äh... Hä? Wir werden nur auf diesem Platz hier sein. Ja. Können wir nicht weitergehen, dahin irgendwo. Doch, wir können ja auch vielleicht suchen, ob da irgendwas ist. Ich glaub nicht. Was wär, wenn wir finden... Das machen wir in der dritten Folge. Wir werden Boot bauen und uns da halt hinfahren. Oder sogar in der vierten. Es werden halt ganz viele Folgen sein. Ich glaub in der zehnten Folge haben wir Minecraft durch, oder? Ich glaube so. Ich glaube in der neunten. Nicht in der zehnten. Warum in der zehnten? Oh mein Gott! Warum ist hier so viel Diamanten? Hast du Diamanten so viel? Von wo? Junge! Ich verstehe nicht. Ich glaub wir machen... Alles durch in... In der dritten Folge. In der dritten Folge? Nö. Ich glaub nicht. Wir haben schon fast alles da... Hier. Ja. Wir müssen uns ja noch ein Haus bauen, Mann. Ja komm wir bauen es schon. Aus was bauen wir uns Haus? So Diamantblöcken? Ja nicht mal... Vielleicht... Hm. Also... Ja. Ja. Was, was, was? Ich hab wirklich keine Ideen. Hast du keine Ideen? Für was? Ich hab keine... Für den Haus... Ich hab kein... Keine... Keine Ideen. Wir haben auch null Blöcke, Mann. Soll ich bisschen Holz sammeln? Ja sammeln. Ich... Ja okay. Dann mach ich so lange Pause, solange ich bisschen Holz sammeln. Leute, ich hab... Gefarmt halt ein bisschen. Und ich hab Petschka gemacht. Petschka? Ja. Zeig mal. Wo hast du Petschka? Zeig mal, wo ist die? Guck mal, sie ist doch hier. Wo? Hier siehst du nicht. Nö. Dann bist du taub. Ich... Leute... Es ist unlogisch. Er sagt, wenn ich sie nicht sehe, dann bin ich taub. Ich bin dann blind nicht taub, Mann. Tim, ich hab eine Idee, wir können hier ein Haus machen. Guck mal. Wo? Guck mal, ich hab hier so ein Ding gemacht. Hier wird ein Tür und da weiter kann man so ein sehr großes Haus da drinnen machen. Echt? Ja. Die zweite Folge dauert auch schon 13 Minuten. Ich würde sagen... Oder keine Ahnung, wie viele 13 sind. Ich weiß nicht, ob das speichereichen wird. Also, Leute, das war's mit der zweiten Folge. In der nächsten Folge, Folge, geht es weiter und... Ich baue mich dann erstmal hoch. Dann bis zum nächsten Mal, meine Leute und... Tschüss. Ja, tschüss. Was hast du gesagt? Tschüss. Zapp hier sie, du Spinner. Also, das war's. Tschüss. Tschüss.